So, da sind wir wieder. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich irgendwie den Chip oder so. You are now playing with power. Was auch immer das bedeuten mag? Die Häuser sind weiter. We've got contact over here ¡Ahh! Du, 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 du! Du, du, du. Du, du, du! so was macht der jetzt hier eigentlich nur irgendwo einen schalter oder so daran nix doch die küche mit dem essensaufzug er fährt auch nur nach oben oben waren wir schon hier war kein schalter konnte man nur die jalousie aufmachen und licht an hier sind wir hergekommen ach so wir können tatsächlich wieder zurück hier kommt der essensaufzug raus wir gucken jetzt mal hier draußen ist inzwischen wieder nacht oh nee doch nicht ich dachte das wäre irgendwie so grüngezirpe gewesen hier oder so nee hier 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 Das würde mich irre machen Das würde mich nicht mehr machen Das war's. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? 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 Ich komme eigentlich nach oben. Was ist das? 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 ja da kann ich nur hier irgendwas da unten machen aber es gibt ja nicht viele möglichkeiten was mich ein bisschen verwirrt ist das hier ob da mal was war du kommst ja auch nirgends vorbei hier ist ja nicht irgendwo noch eine lücke dass du da irgendwas vorbeilaufen könntest hier ist ja immer zu wenn jetzt hier eins kaputt sprengbar wäre dass man da eine lücke macht dann wird es ja noch irgendwo sinn ergeben ja so was übersehe ich hier also einfach nur so ich laufe über ein paar dinge ist es nicht erledigt dafür sind es zu wenig schalter und zu wenig türen sind ja immer nur zwei ne ist ja hier 12 12 und 12 also wir müssen hier ist gitter was nicht auf geht auf der rückseite so geht da was nicht auf geht und hier sind wir da was nicht aufgeht das heißt die einzige möglichkeit an die karte ranzukommen wo wir die brauchen nachher ach so doch oben in der tür genau um im herrenhaus wieder ist dass wir dieses gelbe ding hochkriegen dieses gelbe ding kriegen wir aber nur hoch wenn wir auf diesen schalter treten so wenn man jetzt hier irgendwie außen lang käme oder so dann wäre es ja irgendwie verständlich aber ist ja nicht ich komme hier irgendwo tauchen dann nicht ich ich nicht ich 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 hier man kann doch nicht mit Schwung rüber warte mal jetzt ist es auf und jetzt muss ich quasi einmal hinten rum ja doch ok es geht doch und Never would have guessed Workless consumer models I'm lucky I'm lucky pick you up Kick you baby No problem Drive me I could have heard I could do it Use cuerpo Das ging doch. Ist wie hier? So, gab es hier nicht noch irgendwie ein Hilfpack? Ja. Das war's. So. 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 Ah! Oh, 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 oh. Clean up on Isle, your ass. Was ist das ein bisschen... Exzessive? Die Borde resiste diese Idee, aber sie kamen nach ihren, ähm, Procedures. Die Borde! 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 Die Cache wieder hier. Jetzt wurde komplett Are you a real player? I didn't think one man could have so many complexes This was a game for me Now we're gonna be able to find out You can find out that I need to find out This is an interesting game This is a game for the game Das war's für heute. So, tauchen ist hier nicht. Das ist keine Leiter. Äh, was lag denn hier? Achso. Das ist eine Art von der Plosette. Da ist er. Ne. Auch nicht. Mit Montauern. Ah ja. Ne. Ach, da gibt's noch einen anderen Abzweig oder so? Ne, gibt's nicht. Äh, ja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Was merkt denn hier? Ihr müsst doch irgendwo einen Schalter geben, oder ein Ventil, oder... Irgendwie einen Generator zum Anmachen, oder, oder, oder. Ja. Kann ja nicht sein, dass hier nix ist. Zumal jetzt auch keine Tür mehr aufgeht. Okay. Ja. Gucken wir uns doch mal um. Das war's. 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 Okay, das war's. 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 Das war's.